Herzlich Willkommen wieder bei nächster Episode von Borderlands Oh, haben wir so viel... Das kann ich verkaufen... Alle guten Kills sind 3... Ok... Sniper... Muss ich ausprobieren, ich hasse das... So können wir schauen ob die ist gut oder nicht... Die macht mir ja Schaden... Eindeutig... Alles klar die macht... Bill mehr Schaden... Ah man... Jetzt haben wir noch die... Hä? 10... Aber die sind genau... Ok, nehme ich die... Und jetzt verkaufen... Ja, die ist viel besser als die andere... Was haben wir noch da... Äh... Nein, das Pistol... Das will ich nicht... Äh... Das ist Scheiße... Also so viel genauer... Nein... Trotzdem Scheiße... Äh... Scheiße... Aber ich will alle beide... Ja, ja... Halli, meini... Ok... Kann ich verkaufen... Das bleibt... Das kann ich verkaufen... Verkauf... 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 Ok... Alles... Naja... Wie war das ein Komite... Komite... LOL, was war das? LOL, was ist das? Ich sch... Ich wusste nicht... Aber ich glaube, wir müssen hier... LOL... Was ist das? Was ist das? Ah... Was ist der? Brenn! Brenn, Baby, Brenn! So... Ich weiß nicht... Aber ich glaube, wir müssen hier hin... Nein... Anigas... Anigas... Hey, hier bin ich. Ja, ja, ja. Die Arschlächer. Okay. Tschüssi. Tschüssi. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe weiter. Es brennt. Ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt. Oh oh. Ich habe noch nicht ein. Ich habe es noch drauf. Jetzt ein loader auf dich. Verdammt. Ich habe noch drauf. Ich denke mir das aus. Ich habe noch eine Idee. Wenn der Riener von diesem Lohler beschädigt ist, aber das ist okay. Müssen wir die Tür aufmachen, um verstärken zu schicken? Kann ich drei beschädigen? Abschauen. Ja, ja, weiß ich Oh Nein Oh, das hab ich nie angerufen Das ist karg Ja, ich weiß Ich weiß Ok, ich geh weiter. Ich mach das schon. Wo, 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 wo! So, ich geh noch, Didi! So, ich geh noch, Didi! Wo sind die? Wo sind die nächsten? Wo sind die nächste Opfer? Ah, eine Opfer ist da. So, jetzt. Auf den Knie! Komm! Na komm! Auf den Knie! Lol, was machst du du? Ja! Schnauze! Ich will nicht so leicht stehen wie du denkst. Warte! Wo ist der? Komm! So! Tot! Das ist der eine. Und da kommt er! Was landen! Jawohl! So! Ah, fuck! Wie könnte ich Pech haben? So ein Pech haben! Oh! Oh! 4.000! Wurde mir abgezockt! Das ist mies! Das ist sehr mies! Das ist sehr mies! Finde ich! Das ist sehr mies! Ja! Das ist sehr mies! lebe ab und weiter so geht es ja ich will nicht auch nächste gegner was jetzt habe ich nichts gegeben ich habe nichts aufbauen alter bist du mir verarschen lol der ist hinter mir so da bist du schon echt Alles? Wtf Oh, hier ist Hier ist all I need Nix So Loaded weg Ne, auch noch einer ist am Wind Ja, jetzt hat er Aschkasse gezogen Jetzt bist du froh So Okay, nehm ich trotzdem Mhm Weiter Und Ähm So Genau Gehen wir kurz hier Wobei Ich denke, was habe ich da deaktiviert Genau Und ist Hier hinten, da muss es ganz oben So, da ist Waffen Oh Äh, das ist schwach wie ich denke Oder Storm, Sniper Ja, das ist schwach Okay, nehm ich einfach Schrotti Och du Scheiße, dem nehm ich dir so scheiß Den nehm ich kurz halt Ja 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 So Okay Lassen wir alle Waffen nach Bevor wir so bum bum Und Die noch Okay Willkommen im Wildlife Explosion Preserve Jack sagt Er hat es erbaut um Wissenschaft, Forschung Und was weiß ich zu unterstützen Aber das ist Bullshit Sie nehmen Slack und experimentieren damit An jeder Kreatur rum, die sie finden können Du musst Bloodwing daraus schaffen Oh Tut mir leid, aber das muss Wetter Au Oh Mein Gott Aber das ist Oh Okay Das ist zu mir verarschen Wow 500 Punkte Egent Nicht schlecht Ein Schroti! Nix! Ah, der kann ja nach oben! LOL! Gut dann, wo bin ich? Ja, supi! Ok, alles klar. Und sonst bin ich da hin gegangen. Aber egal. Jetzt weiß ich, wie kann ich da hochkommen. So. Wir müssen schlachten, kämpfen, umkämpfen, bekämpfen. Tschüssi! Tschüss! Genau. Tschau! Scheiße! Passt! Oh, der hat gesessen! Okidoki Sami, dann fang dir mal an mit dem Versuch. Doktor Samuels bitte. Das Versuchsobjekt ist noch bei Bewusstsein. Sie erwarten doch nicht, dass ich... Sorry, Baby. Bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt bekommen, verstehe ich kein Wort. Dieser Kammerschlüssel hat das Iridium nicht ohne Grundspur entlassen. Und wo wir es schon haben, machen wir doch was Schönes damit, oder? Oder willst du dich auf der anderen Seite der Scheibe wieder fenden, Schätzchen? Beginne mit ihm. Oh, hey! Du bist im Reservat! Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du, du kommst einfach von selbst! Danke, dass du mir die Mühe ersparst, kiddo! Ja, immer gehen! Du Bastard! Ok, der ist tot. Spannend sind Muni, wenn die brennen. Ok. Komm, verbrennen! Genau! Oh, lol! So! Man, ich hasse... ... ... ... ... ... ... ich muss mich konzentrieren mach ich mir so hallo wo ist der? oh habe ich ihn getötet blut dieser Beine so wo ist er? wo ist er? gut 2.000 nehm ich ok das ist ein bisschen viel viel für mich komm oh geil das war ein bisschen viel von dieser guten so machen wir diese genau machen wir das nochmal das das ist das ist das ist das ist das ist es ist das ist es ist es ist es ist Aha, was haben wir da? Okay. Waaah. Come once up, rauf. So. Äh, der nicht? Ja, vollmöglichkeiten. Ja, ja, vollmöglichkeiten. Für dich, gell. Ja, ja, ja. Okay. So Leute, ich würde sagen, das war's für diese kurze Folge von Butterland 2 und wir sehen uns und bis nächstes Mal. Ciao.